Also, bei mir hab ich nen Schatten. Du hast keinen Schatten. Du hast keinen Schatten. Ich hab nen Schatten. Du hast keinen Schatten. Ich hab nen Schatten. Deine Waffen haben einen Schatten. Deine Spritze auch? Bitte auch. Damit herzlich willkommen zu Usher & Showdown. Mit dabei ist der gute Uni vom Testserver 1.3. Yeeeeh. 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 Jetzt wo ich ne Antidote mitnehme, ne? Jetzt spawnen wir nicht in der Nähe von meiner Kutsche, ne? Achso. Ja, wir werden schon an der Kutsche vorbeikommen. Oh, guck mal, Heilung ist vor uns. Oh, nice. Die brauchen wir jetzt Heilung. Aber, der Antidote ist gar nicht so schlecht, weil hier ist ja Eif-Gebiet. Eif-City. Da hab ich's umgekippt. Glaub auch. Jetzt haben wir ganz kurz da rüber luken. Die finde ich eindeutig umwerfend, will ich sagen, ne? Aber wirklich. Und der Zombie fand die schmackhaft. So, wir snipen uns hier durch die Gegend, beziehungsweise gesilenced. Wir sind ganz leise. Es ist Klumpi 1.0. Aber Klumpi. So nach Lawson? Ja. Lawson war weg. Nice Entscheidung. Ich würde sagen Lawson, weil da sind manchmal zweieinweise. Mhm. Also sind auch öfter. Warte mal fair. Ja, vor uns. Aber sonst? Ich hab sonst ganz gehört. Die Brüllen hören hinter uns. Richtungsvoll. Meinst du nicht, dass da ein Atmo war? Ich glaube nicht, nein. Na gut. Kann sein, dass es kommt. Also, kann theoretisch sein, aber ich glaube nicht. Aber wenn du es nur einmal gehört hast? Ich weiß es nicht. Ich hab's so zwischendurch mal kurz gehört. Also mein Hirn hat es schon zwischendurch ausgeblendet gehabt. Im letzten Moment hab ich es auch gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob es mehrmals geblendet hat. Problem ist, mit dem Hinweis jetzt. Jetzt hören wir es nicht, wenn die kommen. Mhm. Ja, das ist einfach zugelassen. Scheiße. Ja, wir können uns mal kurz ein bisschen umdrehen. Problem ist, da sind halt die Kackraben. Oh, ich komm zu dir. Hast du grad auch einen hohen Ping? Äh, 44. Ich hab grad 76. Oh. Nee, der Internet läuft stabil. Alles gut. Jetzt hab ich 50. 62. Okay, dann ist aber normal. Hier am Tester wahrscheinlich. Schön, man hört, wenn du dein E benutzt. Nein, legen sie sich hin. Sag ich doch, legen sie sich hin. Ja, wir müssen uns da drum kümmern. Wir müssen uns da drum kümmern, dass hier keiner rausgeht. Und die Leute laufen alle draußen rum. Wir laufen mehr als zwei Zombies zusammen rum. Da müssen wir uns aber durchsetzen. Ja, alles klar. Die laufen alle einzeln rum. Das ist gut. Ich hab grad noch ein paar richtig gesucht, die eigentlich. Also mehr zusammen stehen, oder? Ja, die laufen alle einzeln rum. Das ist nett von denen. Zwischendurch dieses... Puh, vom Weiß, ne? Denk ich im ersten Moment immer so... Oh, er ist laut. Ja, ja. Stimmt. Hm. Okay, bei Blank. Da ist gar keiner sonst. Aber da scheint jemand zu sein bei Blank. Also die Explosion kam von Blank. Ja. Aber die konnte ich jetzt nicht zuordnen. Hat sich überall gleich laut angehört, gefühlt. Nö. Also, nicht. Also ich hab ihn grad mal umgedreht in dem Moment, aber... Ja, okay, vielleicht sind sie doch von Blank. Aber vielleicht sind sie auch ein bisschen davor. Oh. Rechts ist Morty. Na klar, komm jetzt auch noch ran. Morty. Ich geh mal hoch vom Sturm. Morty. Geh mal runter. Okay. Geh mal lunch da oben? Ach scheiß von dir gleich neum. Klubi, was ist los? Klubi, wir hatten eine Feinmachung. Feinmachung, Feinmachung. 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 Ich unsprechen heute. Feinmachung. Feinmachung. Ah, siehst du was? Ne. Guck auch mal. Ich sehe Hunde. Laufen zu zweit rum, das ist in Ordnung. Hunde sind ja eh ausgenommen davon. Das andere müsste Wolfshead sein. Oder Arsenal. Äh, Wolfshead oder was. Ja, irgendwo am Poppes. Also, da kommst du nicht so schnell hin. Tatsächlich sehe ich da gar nichts. Also, gehen wir rüber. Müssen wir ja, würde ich sagen. Müssen wir nicht, ne? Wir können auch warten. Wir können auch einfach am Port, ne? Du. Wir campen einfach. Vielleicht ist ja irgendwie ein Streamer dabei. Wer da was gegen hat. Ist der eigentlich Deutscher, oder? Äh, ich glaube es Österreicher. Wohnt aber mittlerweile in Deutschland. Auch das noch. Ja. Ist der Öse, der nach Deutschland gekommen ist? Das klingt aus einem wahrscheinlich gut. Genau, Detlef. Hey, Detlef ist nur in Österreich. Okay, Detlef, bleib da. Nein. Detlef, ich mag dich. Detlef. Okay, Detlef, guck, glaube ich, zu über die Folge nicht. Siehst du jemanden? Das ist ein Hive. Ich mag das nicht, wenn das so hoch ist und ich sneak hier rum. Da kann ich so nehmen, wenn ich ein Headshot habe. So ein Hive wegmachen, oder? Weiß ich nicht. Kommt die näher? Ein bisschen. Jetzt tritt sie gerade hier rum. Okay. Oh, ich geh doch da hinten lang. Ich glaube, der Ausgang. Raben? Wo? Süden. Den habe ich nicht gehört. Äh, Süd, West ist der Ausgang. Die Raben sind hochgeflogen, nicht in der Nähe? Nee, weiter weg. Ich kann aber auch nicht sagen, in welche Richtung sie geflogen sind. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gehört. Da sind unsere Raben. Ich glaube, wir haben unsere Raben immer gehört. Okay, lass mal ein bisschen weg. Dass wir uns nicht direkt sehen. Wo ist der Gerinnen laut? Das ist gar nicht so weit weg. Wir müssen jetzt vielleicht von Lawson darüber gehen. Oder war das die, die das Bounty gemacht haben? Natürlich auch, sondern dass die ein Stück raus sind. Ach so. Weil da gerade keiner aufhebt. Das hatte ich letztens schon mal gerade mit Würde. Was, bist du da? Nee. So. Okay, es ist ein Ass gerade. Bist du mit dem Ass gelaufen? Nein, nein, nein. Dann müsst ihr vor mir im Wander sein. Ja, ich weiß. Irgendwo hier die... Oh, an mir ist was vorbeigeflogen. Guck mal, nicht mehr ran. Hier sind Zombies. Ganz laut ein Ass gehört. Steps vor mir. Einer ist gestorben. Oh, hier die Ecke ist noch einer auf jeden Fall. Steps links von mir. Okay, ich guck's an der anderen Seite. Ja, ich seh ihn hier. Wo ist der mit noch im Weg? Ping mal. Kann ich grad nicht. Wenn ich jetzt rausgucke, weiß er direkt wo ich bin. Aber ein Stück links davon. Okay. In dem Buschwarer. Ich seh da auch ne Leiche. Wow. Okay, einer hat auf mich geschossen. Von weiter weg. Irgendwo aus dem Wischen raus. Hier vor mir rennt einer. Einer rennt durchs Wasser. Da ungefähr rennt einer durchs Wasser. Ich hab jetzt noch keinen gesehen. Der war von dir? Ja, der war von mir der Schuss. Ich glaub die abgehauen sind jetzt. Nein, nein, nein. Irgendwo hier vorne waren noch Steps eben. Wo ich den Zombie geprüht hab. Ich dachte der wäre durchm Wasser abkommen, da ja noch. Meinst du, dass da noch Steps gewesen wären? Okay. Wollen wir mal einfach mal das Bounty holen? Achso, stimmt. Können wir die auch machen. Also hier vorne liegt noch ein Leiche. Ich weiß, ob wir die luten wollen. Ansonsten können wir einfach das Bounty holen. Ja, lass uns glaub ich erstmal das Bounty holen. Ich geh mal ganz kurz ins Haus rein. Schon mal von da nach draußen. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier die Bounties gar nicht... Da hinten, da hinten rennen sie. 300. Da ganz hinten. Ganz hinten am Zaun. Ich hab ein Rennen gesehen. Hier von aus, braunen Mantel oder so. Die wollen auch da hin. Okay. Ja, dann schnell. Wir werden jetzt auf die anderen treffen. Ich will natürlich gerade auch alles. Wow. Irgendwo links neben mir? Hab ich? Das war aber nicht der, den ich gesehen habe. Da war ein Rechenhek. Noch einer, ja. Oh, komm. Ja, Automat. Ist der auch da unten? Ja. Das ist so lächerlich, ey. Quatsch. Ja, steht links hinten. 2,40. Mit der Automat. Das ist auch der, den ich nicht gesehen habe. Hm. Ich geh von außen. Na ja, ein Bounty genommen. Müsste hier hinten einer sein. Das ist wahrscheinlich nicht der mit der Automat, weil... Ich hab doch mal einen Hint mit der Uppercut und ich bin wieder fast down. Wo ist der hinten durch dort? Ja, ja. Da, wo das Bounty liegt. Ist neben mir? Ich bin hinten. Ja, ja. Ich glaube, wir sind auch hier zu zweit. Wenn ich dann nochmal steps gehörte. Aber einer ist ja tot sein. Ja, gut. Kann sein, dass wir sie drücken sind. Hier vorne war er halt direkt. Ich guck mal, wo ist von außen? Ich bin da von außen im Moment. Na, der sieht gerade clear aus. Naja, der wartet, wenn er bestimmt irgendwo mal Eckhaut auf die ankommen. Ja. Weil da hat er mehr Chance mit der Automat. Ich guck mal relativ weit außen rum. Das ist ein bisschen ein Thema. Irgendwo vom Haus geh, von Haus? Um, vom Dach oder was? Hey. Doch, um, vom Dach. Ich hab keine Ahnung von wo. Puh. Da krieg ich die, glaub ich, nicht. Der steht oben auf dem Dach drauf. Was ist denn mit der Automat? Ja. Wo wird endlich grad aufgenommen? Wird bei uns hier drin aufgenommen oder wird unten aufgenommen? Ne, unten. Ist mir grad auch aufgefallen. Okay, dann ist der noch gar nicht aufgenommen worden. Ne, ne. Nein, die müssen zwei tot hier oben nehmen. Ja. Muss vorgehen, weil ich... Warte, ich, ja, ich nimm mal. Ich, ich, ich nimm mal. Hämmer ich an hier. Ja, hier vorne liegt ne Leiche. Und oben auf dem Dach liegt einer dann. Schau dich um. Sieht gut aus. Jetzt hat er krass, die Ehrenfalle nochmal gequält. Wie viele Akte hast du eigentlich noch? 50. Scheiß. Okay, vielleicht sollten wir dann mehr zum Ausgang gehen. Definitiv. Henry Marksman und Ranker. Ranker ist, glaub ich, die... Ja. Ich hab nochmal geguckt, ist alles gut. Ja, der lag oben auf dem Dach. Ja. Moment. Wie liegt ne Waffe von dem rum? Ist die Waffe hier runtergerutscht? Ja, das kann sein. Alles ja auch gemein. Hast du dir Automat mitgenommen, oder? Äh, nö. Ich weiß gar nicht, wie die ist. Ich glaube. Ist mir nicht von dem rumschluss. Ach, da liegt sie. Ach, da liegt sie. Ich bin nicht krass, weil ich mitnehme. Ich komme noch mit. Ach, der hat gar nicht gebrannt, unser Kollege. Nee. So, war das mit denen da unten? Die rennen jetzt zum Ausgang. Hier rennst du mal, darfst du auch zum Ausgang gehen. Ja. Ich bin 50 HP. Ach, dem oberen, ne? Mhm. Oberen am besten. Hast du noch fünf Sekunden? Ja. Jetzt du dich da nochmal umguckt, dann. Also, machst du jetzt erst, oder? Nee, mach du. Ich hab noch drei. Vor uns ist frei. Mhm. Silence ist halt bei mir jetzt weg, ne? Den Auto macht den Apperkatter dann. Ach so, ja gut. Jetzt wissen wir so, wo wir sind. Ja, ja. Mit Blitz überm Kopf. Ich mach jetzt auch wegen nächster Runde, aber. Ach so, ja, gut. Ist auch ein Testserver. Und ein iPads hat ja. Vor uns ist frei. Mhm. Ist ich vor uns ermützig, oder? Naja. Ich spiele es natürlich dann vor uns bei allen. Nicht, dass es welche entgegenkommen gibt. Nein, soll's los. Dann machen wir die halt auch noch eben weg. Tschüss. Ich glaub, da waren auch nicht mehr viele. Kann ja immer noch sein, dass einer von den beiden nicht rausgegangen ist. Hm. Guck noch mal. Grund drum ist hier. Oh, das 8 geht. Das 8 geht. Aber nur eins. Stimmt. Ja, nur Wurfmesser füllen sie komplett auf. Stimmt. Das 8 geht's ja nicht. Gefort ist frei. Kann ich halt nur mitnehmen. Ich mag das Ding. Ja, ja, ja. Was? Da verfehlt man alles mit. Gut. Ja, gut. Dann, äh, ein bisschen Übung hast, glaub ich, nicht mehr. Aber... Ja, gut. Aber... Ich will einen so annehmen. Komm, lass mich doch... Lass mich nicht nur mal schießen. Komm her. Nee, da hab ich erst gecheckt, so friendly fire ist ja also... So, was haben wir denn? Zwei Kills. Geil. Ja, ich hab doch gesagt, mit der Automata haben die ja keine Chance. Mach mal weg und dann... 1250 Dollar. Gegen 199er hier. Sparks. Können sie nochmal mit uns anlegen. So, als kleine Schmankel gibt's nochmal hier nach der Folge noch einen kleinen, äh... Ja, Showdown aus einer anderen Folge, wo nichts geworden ist. Also bleibt gerne noch dran. Sonst noch gerne, ja, beim nächsten Mal einschalten. Viel Spaß noch. Und, äh, ja, danke fürs Einschalten. Und, ähm... Bis zum nächsten Mal. So ein Showdown. Vielleicht wieder mit Adpatch 1.3 oder so. Je nachdem. Tschüss. Tschüss. Hm. Die Erste sind noch lauter geworden. Die Erste sind lauter. Oh, das hat uns jeder gehört auf der ganzen Map. Ich hab nicht gehört, was gesagt hat, dass der Erste war so lauft. Verdammt. Ich hab einen Hörsturz bekommen. Ich hab, ich hab Fake-Tunermit bei. Ich hab schon mal einen. Ich hab auch eine Fake-Waffe bei, die macht gar kein Damage, die halt. Was? Ja. Ist halt eine Windfield. Ne, doch die Windfield haben sie... Oh, gebarft. Vor uns irgendwo. Seht nicht. Verdammt, warum stirbt der denn? Sonst fände sich jemand anderes. Direkt hier vorne. Ja, der Baller ist schon drauf, ne? Also ich bin... Ich bin am Klettern. Bin in sie's. Gesehen, aber nicht getroffen. Im Haus oder was? Am Haus? Am Haus, der hat mich gesehen. Weißes Haus? Oh, er pusht. Ja, meistens Haus. Rechts davon. Ne, der ist da drunter irgendwo. Der war unter dem Rost. Oh, das ist noch einer. Ach du. Geh doch kacken. Der hat ja durch. Ich hole dich. Okay. Ja, ich will das mal bitte noch holen. Ja. Ja, danke. Oh Gott. D, 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 d. Einer rechts, einer links. Ja. Das war kein Fake. Der steht oben am Zaun. Ja, ist down. Sehr gut. Ich muss weg von Lüten kommen. Wow, auf mich. Genau. Rechts, noch einer. Alter, was wie viel kommt denn noch? Alter, ich sehe den nicht. Die laufen aber mit dem Zeug rum. Mosin, Sniper. Pass auf, liegt es auf dem Weg irgendwo. Sehr gut. Nein. Nein. Der hat mich tatsächlich gesehen. Ach, der hat den Sniper, ja. Der ist ja mit dem Mosin, Sniper, ne? Ja, das war der. Ich dachte, der, den ich gekillt hätte, wäre der mehr Mosin Sniper gewesen. Ne, ne, der war irgendwo links auf dem Weg. Alter, die laufen aber schon mit Zeug rum. Ja, der war irgendwo. Ja, der war noch. Untertitelung des ZDF, 2020